Herzlich Willkommen im Epizentrum des Multimediales Storytelling im neuen Filmstudio des Content House. Angefangen hat alles mit der Coop-Zeitung. Seit über 100 Jahren vermitteln wir Informationen, Wissen und Werte aus dem Coop-Universum. Damit helfen wir das Image und der Umsatz von Coop positiv zu beeinflussen. Mit unterschiedlichsten Beiträgen unterhalten wir unsere Leser, animieren zum Konsumieren und versuchen, jedem einzelnen mit den Coop-Zeitungen möglichst persönlichen Mehrwert zu bieten. Jahrzehntelang haben sich die Menschen primär über die Zeitungen und über das Fernsehen informiert. Das hat sich in den letzten Jahren aber dramatisch geändert. Neu ist man immer und überall online und hüpft von einem Kommunikationskanal zum nächsten. Wie man gelassen ist, ist Ihnen vielleicht noch nicht mal aufgefallen, bei sich selber aber hätte... Wir haben auf das Verändern die Mediennutzungsverhalte reagiert und unsere Film- und Digitalkompetenzen stark ausgegebaut. Die nutzen wir aber nicht nur für Coop-Zeitung, sondern bieten die Dienstleistungen neu in allen Unternehmen der Coop-Gruppen an. So haben wir zum Beispiel bereits letztes Jahr für Mondovino drei Weinmagazine produzieren, haben für die Weinkälerei Rieker ihr Wein- und Genussmagazin neu konzipiert, für Bau und Hobby ein Gartenmagazin realisiert und mit modernster Technik den neuen Coop-Unternehmensfilm dreht. Der bisher größte Auftrag kommt von Microspot und Interdiscount. Wir testen jede Woche verschiedenste Produkte aus den beiden Online-Shops und erstellen Text-, Bild- und Videoreviews dazu. Letztlich, und so schliesst sich dann der Kreis, kommt die Kompetenzerweiterung aber auch wieder der Coop-Zeitung zu gut und stärkt ihre Position als grösstes und beliebtes Kundenmagazin der Schweiz. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020